und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmer steinbaus ich war mal wieder auf amazon unterwegs und wollte dort eigentlich ein lego set kaufen dieses kleine putzige set mit den papageien bin dann aber über dieses set hier gestolpert und ich blende euch mal die anzeige dazu ein wir sehen hier auch ein papagei mit einer wirklich tollen deko über tausend steinen und das für einen sehr sehr guten preis augenscheinlich der hersteller ist nicht wirklich benannt es steht wieder queer letong drin ihr könnt euch erinnern das letzte mal als ich von queer letong ein set gekauft habe war es eigentlich ein cumin set und von dieser verpackung kann ich mir jetzt auch nicht so viel nehmen hier steht nur building blocks drauf und sonst ist die bis auf die steinchen auf der verpackung wirklich design neutral und weil ich wirklich auf dieses set gespannt bin würde ich sagen ich mache es einfach mal auf und wir schauen uns an was uns in der packung erwartet und wir haben natürlich einige teile tüten die teile sind sehr farbenfroh und die tüten sind nummeriert also wird es hier bauabschnitte geben die nummerierung hat man schon beim ein oder anderen hersteller so oder so ähnlich gesehen ich finde ja aber auch sehr gut weil sie es eben sehr offensichtlich man erkennt gleich zu was gehört diese tüte über die steinequalität reden wir wie immer während des baus und auch auf der anleitung findet man kein hersteller es ist hier überhaupt kein logo zu finden sie ist klammer gebunden das papier ist etwas dünner als wir das von anderen herstellern gewohnt sind auf der rückseite sehen wir noch mal ein paar detailaufnahmen vom set und dass man dann am ende vom papagei die flügel bewegen können soll und wenn wir das ganze mal aufblättern dann muss ich sagen die hintergrundfarbe gefällt mir im kontrast zu den teilen nicht allzu gut aber bei jeder anderen farbe außer diesem türkis hätte das wahrscheinlich gut funktioniert ich denke aber auch danach wird es sich gut bauen lassen hier sehen wir auch schon mal die verschiedenen fortschritte der drei bauabschnitte das finde ich immer schön wenn das zu sehen ist und insgesamt haben wir 177 bauschritte auf 34 seiten verteilt also für mich ist das schon mal eine neue erfahrung auf einer anleitung und einer packung überhaupt keinen richtigen hersteller zu finden denn ich gehe jetzt auch nicht davon aus dass der hersteller building block heißt ich bin sehr gespannt was die teilequalität und das set an sich hierher gibt und dementsprechend fange ich jetzt anzubauen und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder und wir sehen uns das erste mal nach 41 bauschritten und damit dem ersten bauabschnitt wieder für einen kleinen zwischenstand an der anleitung ist bisher nicht viel auszusetzen nur ein paar kleinigkeiten dass mal die perspektive etwas besser gewählt sein könnte um eben einen bestimmten bauschritt abzubilden das sind aber kleinigkeiten und ich meine das ist jetzt auch kein set mit irgendwelchen spannenden oder überraschenden bautechniken deshalb geht das völlig in ordnung auch auffällig ist es nicht ein teil übrig wir haben in dem ersten bauabschnitt hier alles verbaut ich bin mal gespannt ob am ende noch ein paar ersatzteile dabei sind computer sagt nein weil es sind ja doch ein paar kleine teile dabei die durch einen dummen zufall mal wegkommen können von der konstruktion bauen wir als erstes unten die basis dort eine kleine simple technik konstruktion rein und dann ziehen wir das ganze hier hoch mit den verschiedenen andock punkten wo später noch blumen fest gemacht werden das ist ein stabiler bau da fällt auf jeden fall erst mal nichts ab dann haben wir dieses lange gummiteil was sich hier rum schlängelt finde ich sieht auch sehr schön aus hat sich aber nicht besonders gut verbauen lassen wenn es aber dann einmal sitzt dann hält es fest auch die basis und schon die anfänglichen blumen sehen sehr schön aus da ist natürlich viel wiederholung drin aber das weiß man wenn man sich so ein blumiges set kauft der einzige kritikpunkt bis jetzt ist die steine qualität sie ist nicht grausam aber sie könnte besser sein von der verbaubarkeit alles okay obwohl mir die technik elemente fast schon ein wenig zu fest aufeinander gedrückt werden müssen aber wie gesagt alles im grünen bereich aber wir haben vom aussehen da ein paar defizite die farbtreue in dem dunkleren grünton ist wirklich unterirdisch in dem helleren grünton und im braun geht es dann halbwegs aber auch hier sieht man durchaus unterschiede wenn man es mal im licht stehen hat und gerade schwierig in verbindung damit dass wir ja keine ersatzteile bisher dabei hatten ist dass hier teile teilweise nicht gerade schön entgratet waren und noch schlimmer es gab auch schon einen fehlguss drin der fehlguss war nicht allzu schlimm und hat sich noch verbauen lassen aber wenn so ein fehlguss natürlich gravierender ist und das teil vielleicht dann unbrauchbar ist dann wäre es schon sehr gut wenn wenigstens das ein oder andere ersatzteil dabei wäre aber auch mit dem kleinen fehler hatte ich bisher spaß hoffe natürlich dass das so bleibt und baue jetzt weiter und wir sehen uns das nächste mal nach 102 bauschnitten und damit nach dem zweiten bauabschnitt wieder ich finde es eigentlich schon lustig dass man ein papageien set kauft und am ende 102 bautschritte kein papagei baut aber das ist hier überhaupt kein problem denn wir bauen hier sehr sehr viele blumen und blumen sets sind ja doch relativ beliebt das hat auf jeden fall seine fanbase und leute die gerne blumen sets bauen sind bei diesem set auch mal sowas von dabei wir bauen hier die verschiedensten variationen von blumen und alle sehen gut aus und bei blumen sets ist es meines erachtens ganz wichtig dass die teilequalität gut ist und die teilequalität hat sich hier noch mal gesteigert sie lassen sich sehr gut verbauen und die klemmkraft reicht für diese blumen aus und auch das aussehen ist sehr gut wenn man nicht von kleinen farbeanweichungen gestört wird aber in der natur ist jetzt auch nicht alles perfekt immer farbgleich und ein vorteil bei diesen stein hier ist für die blumen dass wir relativ wenige angusspunkte sehen und deshalb sieht es eben am ende auch so gut aus wie es jetzt aussieht obwohl ich selber nicht der große blumen bauer bin ist es hier nicht langweilig geworden das ganze war wirklich entspannt und ich hatte zu jedem zeitpunkt damit spaß und das muss schon bei einem set mit so vielen wiederholungen etwas heißen also unabhängig davon wie der dritte bauabschnitt wird leute die gerne blumen bauen kommen mir auf jeden fall auf ihre kosten und ich finde es schon jetzt wunderschön und jetzt kommt noch das i tüpfchen der papagei um den es ja eigentlich geht und ich hoffe dass wir am ende wieder ein richtig richtig hübsches set hier dastehen haben und damit ist unser papagei von amazon mit einem unbekannten hersteller in klauern auf amazon mit kuilitong angegeben auch schon fertig und ich kann jetzt schon sagen ich hatte super viel spaß mit diesem set das liegt zum einen daran dass es wunderschön geworden ist ich glaube da stimmt ihr mir uneingeschränkt zu und dass es auch wirklich wenig probleme damit gab die anleitung war wirklich gut verständlich das einzige problem was natürlich bei vielen farben dann ärgerlich ist dass die farbwiedergabe hin und wieder ein bisschen schöner sein könnte um gerade ein hellgelb von einem dunkleren gelb in der anleitung zu unterscheiden man kommt aber sehr schnell auf den trichter was gemeint ist und dann findet man auch die richtigen teile das wäre aber in der anleitung so der eine kritikpunkt den ich habe dass dort die farbwiedergabe vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte die steinequalität hat am anfang geschwächelt aber vor allen dingen gegen ende hin ist sie immer besser geworden das hat mich ein bisschen gewundert am ende waren die steine richtig richtig gut sahen gut aus haben sich gut verbauen lassen und es gab auch keine schlecht entgrateten teile und auch keinen weiteren fehlguss mehr die farbtreue könnte trotzdem hin und wieder ein bisschen besser sein das ist bei blumen nicht allzu schlimm in der natur ist ja auch nicht alles genau gleichfarbig bei anderen sets wäre das aber ein qualitätsmangel das ergebnis ist wie gesagt wunderschön geworden ich habe aber mit ein paar leuten gesprochen und da wurde mir auch gesagt dass ihnen persönlich der papagei im set ein wenig untergeht und bei den ganzen blumen eher in den hintergrund rückt aber auch hierfür gibt es eine lösung oder sogar besser gesagt zwei lösungen denn einmal kann man den papagei mitsamt seinen stänge oben drehen weil oben ein pin ohne friktion verbaut wurde und ihn so auch mit einer ansicht platzieren wo eben weniger blumen sind und wer die blumen vielleicht sogar einzeln haben möchte und den vogel einzeln der kann auch den vogel mitsamt seiner stange abnehmen und ihn auch am ende noch von seiner stange trennen der papagei steht nämlich auf seiner stange und auch komplett ohne stange und damit finde ich ist für alles gesorgt so kann man sich den papagei einzeln hinstellen und eben auch die wunderschönen blumen einzeln hinstellen und dann hat denke ich jeder spaß damit mir persönlich gefällt ja aber gerade mit den blumen richtig richtig gut und das ist ein top deko set und gerade leute die gerne blumen bauen werden hier auf ihre kosten kommen leute die aber nicht gerne wiederholungen bauen werden dann hier eher nicht auf ihre kosten kommen aber das ist ja wie mit den meisten blumen sets ich finde auf jeden fall dass dieses set preis leistungsmäßig richtig richtig gut ist bei dieser teilanzahl für 26 euro auf amazon mit dem gutschein da kann man überhaupt nichts falsch machen das set überzeugt mit dem endergebnis es hat bauspaß gebracht und die steine qualität ist zwar nicht auf dem allerhöchsten level aber es lässt sich gut verbauen und es sieht gut aus und damit ist das völlig ausreichend wenn auch trotzdem noch luft nach oben ist ein klitzekleiner nachtrag noch das hätte ich fast vergessen bei den amazon bewertungen gerade dort wird viel bemängelt dass die stabilität des sets besser sein könnte dem kann ich aus meiner sicht aber nicht zustimmen aber es kann natürlich sein gerade weil wir auch gesehen haben die teilequalität schwankt bei diesem set dass die anderen die eben die stabilität bemängelt haben dort qualitativ mehr pech hatten trotzdem kann ich von meinem set sprechen und obwohl natürlich gerade bei den filigranen blumen hin und wieder mal ein teil abfallen könnte wenn man es an der falschen stelle anfasst ist das völlig normal ich hatte das set für den außendreh auch bei mir im auto mitgenommen bin damit insgesamt weil ich noch einen termin davor hatte um die 70 kilometer gefahren da sind auch wege über kopfsteinpflaster dabei und wirklich nicht die tollsten straßen mit einigen schlaglöchern und es ist am ende nichts abgefallen genau nichts ich konnte das set rausnehmen musste nur ein paar blüten richten die dann eben nicht mehr nach oben hingen sondern ein wenig den kopf hängen lassen haben aber es war alles dran und das spricht schon für das set und meiner Meinung nach dafür dass es nicht instabil ist mich würde es wirklich interessieren welcher hersteller so richtig hinter diesem set steckt denn dann würde ich mir von dem hersteller auch gerne noch andere sets anschauen denn dieses set hat mich sehr überzeugt vor allem im hinblick auf preis leistung aber auch wenn man den preis ausblendet kann dieses set durchaus überzeugen wenn ihr da vielleicht noch mehr informationen wisst könnt ihr mir die auch gerne nochmal schreiben von mir gibt es natürlich eine kaufempfehlung für dieses set ich verlinke euch das ganze natürlich auch nochmal unten in der beschreibung und wenn ihr dieses set selber besitzt schreibt mir wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch dieses video gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick ja